heute was geht ab leute ich habe ein neues handy am start und zwar das honor 10 ich wiederhole honor 10 weil bestimmt wieder erst viele von euch nachfragen werden hat mir ein zuschauer empfohlen das hat sich nur empfohlen hat schon richtig krass geworben fast schon so als hättet er provision darauf bekommen habt ihr dann angeschaut und jetzt gefallen preis leistung top hat 300 euro gekostet und ist von der handhabung her eigentlich genauso wie ein altes nur schneller und besser bisschen was zu meinem alten handy wissen woher 15 auch top hat bisher immer gute dienste geleistet kann mich eigentlich nicht beschweren nur mit der zeit ist immer langsamer geworden immer mehr programme drauf und vor allem wenn ich aufgenommen habe da hat hat zeit angefangen zu denken aber normal wenn ich gespielt habe eigentlich kaum probleme das größte problem war wenn ich zu lange aufgenommen habe vor allem hat es gar nicht mehr so viel speicher gehabt dementsprechend konnte ich zum beispiel bei aktos day oder zapptos day gar nicht alle rates aufnehmen weil da einfach nicht mehr genug speicher drauf ist und je weniger speicher darauf ist desto langsamer wurde ist aber jetzt mit dem ist es auf jeden fall kein problem mehr zudem gibt es noch ein paar andere vorteile das hat zum beispiel er mein altes handy nicht das heißt keine coole fotos für instagram und sowas machen dritter facebook folgt mir da und ist halt auch neuer zum beispiel ihr habt mir vorgeschlagen oder wollte dass ich der walking dead das neue walking dead go spiel zocke und ich habe seit auf dem auf dem alten handy im shop gar nicht gefunden ich habe mich halt so gewundert was da los dann habe ich herausgefunden dass das ist auf dem hier nicht mehr kompatibel ist und dementsprechend habe ich das auch nicht im shop gefunden ich muss auf einen externen mit gehen dann bin ich darauf gekommen und habe ich gesehen da kam die nachricht gerät nicht mehr unterstützt und auf dem geht es halt so kleine vorteile dementsprechend vielleicht demnächst eine walking dead go folge aber jetzt wo ich zwei handys ab heißt es natürlich ich kann mir einen zweiten account machen und das habe ich mir auch gemacht ich hatte ja mal schon einen zweiten account ist echt krass wie ihr das nicht vergessen könnt und wie habt ihr darauf hängen geblieben seid aber ja ich hatte mal eine woche oder so gezockt war rot irgendwas level 20 oder so was mit dem passiert ich habe den weggeschmissen also ich habe die daten nicht mehr kann mich nicht mehr erinnern kann mich nicht mehr einlaufen also das komplette tod seit über einem jahr nicht mehr gezockt nicht mehr angefasst aber ja ihr vergesst es nicht immer noch darauf hängen geblieben damals war die motivation aber auch nicht daran zweiten account zu führen es gab eigentlich auch gar keinen grund hat sich seitdem aber ein bisschen geändert weil jetzt gibt es tauschen und das auf jeden fall für mich persönlich momentan ein großer aspekt wieso mich der zweite account interessiert ich habe halt recht wenig zeit und ich habe bisher echt wenig getauscht weil tauschen ist so aufwendig hier und da mal bei einem rate oder so aber zum beispiel legendärer man kann nur einmal am tag tauschen und legendären spezialtausch aber an sich habe ich so viele eigentlich müsste ich jeden tag damit es sich lohnt jeden tag ein legendären tausch machen aber das ist natürlich viel zu aufwendig ich habe die zeit nicht die andere person hat die zeit nicht dementsprechend zum beispiel mit mir selber tauschen ist da die beste lösung oder wenn ich ein hundert davon ein pokémon haben will oder ein glücks pokémon da muss ich ja ziemlich oft tauschen und ja ist auch ziemlich aufwendig die zeit zu finden mich da mit einer person zu treffen und dann auch für eine weile dort zu hocken und zu tauschen also ich hätte schon bock mal einfach mich hinzocken und hundert mal zu tauschen aber ich muss erstmal die zeit finden dann muss ich auch noch jemand finden der auch die zeit hat und da müssen wir uns noch mal treffen und dann muss ich natürlich auch noch was her geben was ihnen interessiert das auch schon ziemlich krass weil zum beispiel hunderte wohin genau fehlt mir und paar leute geben sich die sachen auf die mir fehlen ich auch brauche problem ist doch ein unmengen davon wie gesagt mehrere hundert wahrscheinlich bis ich mal ein hunderter oder so ertauscht habe und dann haben sie halt ein wohin genau zum beispiel und dann wollen sie für dieses eine wohin genau beinahe meine seele schon also die wollen wirklich klasse sachen und ich denke mir halt ich brauche davon merkel 100 ich kann jetzt nicht für einen teil so was klasses geben dementsprechend ist es eigentlich am besten und am leichtesten und am beklimmsten für mich momentan wenn ich mit mir selber tausche deswegen habe ich jetzt einen zweiten account gestartet und ich dachte mir natürlich ja wieso was ich nicht bin zu können bisschen entscheiden über den zweiten account ab heute mal umgefragt ein paar sachen gefragt und was die ergebnisse sind das sehen wir uns jetzt erst mal also wenn ihr das nächste mal ein bisschen mit entscheiden wollt über den zweiten account dann checkt mein instagram account ab ist unten in der beschreibung also ich habe euch zuerst gefragt welchen start das euch will bevor ich euch die ergebnisse zeige könnt ihr unten in den komparen euren tipp abgeben da habe ich zuerst gefragt natürlich welchen start das euch nehmen und gewonnen hat blumanda ich habe hier wiesersam einfach die mitte gewählt damit ich das ergebnis sehe ja zu hausverstanden schilie blumanda und wiesersam blumanda hat natürlich gewonnen war zu erwarten eines der lieblings pokémon und ja ich weiß pikachu gibt es auch kann man auch als starter haben problem ist ich konnte mich nicht bewegen und pikachu bekommt man nur wenn man dreimal von den startern wegläuft deswegen habe ich keine option ich werde hier mal eigentlich das blumanda gefangen habe 10 bp können wir noch nicht checken das machen wir erst wenn wir ein team gewinnt haben die frage kommt natürlich auch noch bevor ich es vergesse die allererste frage die ich euch hätte stellen müssen wäre natürlich gewesen männlicher charakter oder weiblicher charakter jetzt habt ihr die chance schreibt unten in kommentare ob ich die männlichen oder weiblichen charakter nehmen soll für meinen zweiten account nächste frage war dann welchen namen sollte man geben was natürlich natürlich war das jetzt keine abstimmung oder so ich habe mir einfach nur ein paar ideen angeschaut wir können uns mal ein paar vorschläge anschauen waren schon ein paar lustige mit dabei eine menge sachen mit form zum beispiel hier haben junior so hieß mein alter zweiter account der jetzt totes menge sachen mit heute eine menge sachen mit sagt das problem ist super saftig ist schon weg haben wir leider einer geklaut sachen mit tbt gefallen überhaupt nicht das momentan nur eine notlösung super fruchtig super saftig irgendwas mit heute okay und die nato richtig leidens ist leider auch vergeben habe ich sogar probiert mister saftig das finde ich gar nicht so schlecht auch viele vorschläge die einfach viel zu lang sind die machen eigentlich gar keinen sinn das passt ich 21 k problem ist ich habe jetzt gleich 22 also die 21 kam auch gar keinen sinn und ich hoffe ich krieg noch mehr kraft ja und am ende habe ich mich momentan noch super saftig genannt aber anstatt dns mit fünf könnt ihr sehen ich habe schon da wieder gefangen gehen momentan mit dem 6 haben medaillen 19.000 fast 20.000 ip paar sachen bei items ein paar 10 kilometer habe ich sogar auch schon hier war ja ein sieben kilometer die boxen sind auch am start die habe ich am anfang sogar nicht mal gesehen im shop mucas ist sogar am start habe ich jetzt schon ein paar aufgaben erfüllt und ja jetzt kommen wir noch zu der entscheidenden frage welches team soll ich wählen noch habe ich nicht gewählt hier könnt ihr sehen blablabla vom professor jetzt stellt er die teams vor hi my name is spark the leader of team instinct ok excellent intuition ok ein blablabla vom team mystic ok und ihr folgenden namen kandela team wählers leader ok und ich wähle so wir schauen uns das ergebnis an welches team ihr gewählt habt wie gesagt davor bevor wir die ergebnisse zeigen ich habe nur den kompare welches team ich eure meinung nach nehmen soll was wollt ihr sehen ich habe natürlich nur rot oder blau gewählt weil er bin ich schon und noch ein gelben account also ich muss jetzt das wählen damit ich das ergebnis sehe das eigentlich vollkommen egal also ich weiß wer vorne liegt deswegen nehme ich jetzt mal den der hinten liegt und zwar ist das blau so 49 prozent zu 51 rot hat gewonnen das heißt wir wählen jetzt team rot noch mal zum zweiten mal als zweiter kommt tut mir leid ihr blauen aber ich hoffe ihr seid nicht zu sehr enttäuscht die mehrheit zwar knapp sehr knapp sogar aber die mehrheit hat gewonnen es ist team rot welcome to team vader und jetzt kann ich glaube ich auch jetzt machen da ist es rot 6 ja das war es eigentlich erstmal freute mit dem account ich hoffe es hat euch spaß gemacht da paar sachen mit entscheiden zu dürfen in der zukunft kommen auf jeden fall noch mehr sachen wo ihr mit entscheiden dürft deswegen folgen auf instagram nicht vergessen falls ihr damit entscheiden wollt und ja was machen wir mit dem zweiter kommt ich denke mal da kommen auf jeden fall nicht täglich irgendwelche updates aber so einmal in der woche so ähnlich wie bei jurassic world gebe ich euch ein update oder wenn irgendwas krasses passiert oder ihr habt da auch paar ideen noch für separate videos was ich mit dem zweiter kommt mache aber das seht ihr dann wenn ihr dran bleibt das war es erstmal von mir mein neuer zweiter account und mein neuer handy immer leiten subscribe kommentieren check die anderen auf instagram facebook twitter check den shop ab vergesst nicht pokémon ist hier ist business